Ich bin Adrian Beck, 39 Jahre alt, gelernter Metzger, bin seit längerem im Berufsdetektor in Marent. Meine Aufgaben sind im Sicherheitsdienst, Objektkontrollen, Streifendienst und Veranstaltungen. Ab meinem Job gefällt mir, dass ich immer draußen bin. Ich bin immer unterwegs mit Leuten, mit verschiedenen Leuten zu kennenlernen, immer irgendeine neue Aufgabe kriege, dass er freiwillig meine Arbeit machen kann und mit den Leuten Kontakt zu haben. Ich wünsche dem Team Marent und für mich eine lange Zusammenarbeit und dass wir alle immer gesund zu Hause kommen.